Nein, was ist... Oh nein, ich meine, ich mag gut gepolsterte Männer. Ich war viele Jahre lang in meinem Cousin Trevor verknallt und der war sehr kompulent. Vielleicht ist es körperlich. Dieses Gefühl. Oh ja, selbstverständlich. Nein, es ist bestimmt körperlich. Und aus heiterem Himmel bekomme ich diese plötzlichen Sorgen um ihr Wohlerleck. Oh, Sie meinen Sex? Ja. Daran hätte ich nicht gedacht. Ich aber. Wirklich? Ja. Ja, dann ist das wahrscheinlich möglich. Ja.